Die kalte und dunkle Jahreszeit ist jetzt nicht unbedingt mein Favorit, aber was ich liebe ist die Mode in dieser Jahreszeit und deswegen gibt es heute mal ein Video zu den Herbst-Winter Fashion Trends für dieses Jahr. Ich bin sehr spät dran, aber so kann ich euch jetzt wirklich wenigstens zeigen, was gerade im Moment Trend ist und wie ich diese Trends auch kombiniere, weil ich nämlich auch schon sehr viel in die Richtung geshoppt habe und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Wie bei jedem Trend-Video möchte ich auch hier ganz kurz am Anfang sagen, dass man natürlich keine Trends verfolgen muss. Wenn man sich dafür interessiert, so wie ich, dann ist das cool. Ich bin da immer sehr gespannt drauf, aber ihr könnt einfach anziehen, was auch immer ihr wollt und worin ihr euch einfach wohlfühlt und jetzt starten wir aber auch mal wirklich. Der erste Trend, der mir aufgefallen ist, der sich auch schon so die letzten Monate, vielleicht das letzte Jahr über so ein bisschen gefestigt hat, ist Ladylike-Kleidung. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Also eher so ein bisschen klassische Schnitte. Wir gehen wieder so ein bisschen zurück zu tallierten Blazern, schönen Blusen, all sowas und das sehe ich jetzt wirklich immer häufiger. Und wenn ich eine Marke nennen müsste, wo es diesen Style zu kaufen gibt, dann ist es auf jeden Fall LilySilk. Und in diesem Video arbeite ich auch mit LilySilk zusammen und habe jetzt auch einen kleinen Haul mit genau solchen Ladylike-Teilen für euch. Die Sachen bei LilySilk sind meistens aus Wolle, Kaschmir oder Seide, also wirklich hochwertige Materialien und ich liebe die Teile, die ich habe. Und ich habe jetzt noch ein paar neue, die ich euch jetzt mal vorstelle. Das erste Teil trage ich auch direkt und zwar ist es diese Schokobraune Seidenbluse. Die habe ich jetzt auch schon ganz oft angehabt. Schokobraun ist übrigens auch noch ein Trend, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Und deswegen habe ich mich auch für die entschieden. Die ist einfach so schön und ich liebe solche glänzenden Seidenblusen. Wisst ihr auch warum? Die erinnern mich immer an Lorelai Gilmore von Gilmore Girls. Also falls ihr die Serie kennt, dann wisst ihr, dass Lorelai super häufig so Seidenblusen anhat. Und da habe ich mir auch direkt noch eine bestellt. In einem Creme Weiß kann man wirklich zu allem kombinieren. Egal ob unter Blazern, mit einer schönen Anzughose oder auch lässig mit einer Jeans. Also das geht immer. Aber das Besondere an der Bluse sind einfach hier die Ränder. Wie so ganz, ganz feine Nieten, die aber sehr edel aussehen. Bleiben wir doch mal gerade beiseite. Und zwar habe ich noch diesen wunderschönen, ja ich weiß gar nicht, Midi oder Maxi Rock. Der ist schon relativ lang, auch in diesem cremefarbenen Ton. Kann man sehr elegant stylen mit einer Bluse dazu. Ein paar Heels, also zum Beispiel für eine Weihnachtsfeier oder so kann ich mir das jetzt gerade super schön vorstellen. Oder auch mit einem schönen, dick gestrickten Pullover dazu und vielleicht ein paar Stiefeln kann man das auch im Alltag tragen. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Kleidungsstück, was man vielfältig stylen kann. Kommen wir jetzt zu Strickoberteilen. Da habe ich nämlich auch zugeschlagen bei Lily Silk. Ich habe einmal diesen wunderschönen, roten Kaschmir-Wollpullover hier bestellt. Der ist einfach so toll. Den habe ich auch schon mehrmals angehabt und immer wenn ich den trage, werde ich gefragt, woher der ist. Einerseits ist natürlich die Farbe einfach ein Hingucker und auch gerade im Trend. Wie gesagt, kommen wir gleich noch zu. Und ich finde auch hier die Details wieder so wunderschön. Und mit dem Reißverschluss am Kragen, das finde ich sehr angenehm. Kann man hoch machen, wenn man eher so diesen Rollkragen-Stil möchte. Wenn man es runter macht, kann man noch eine schöne Kette dazu kombinieren. Bei Lily Silk gibt es ganz tolle Cardigans und im Moment mag ich solche ganz schlichten und eher dünneren Cardigans sehr gerne. Der hier ist auch wunderschön aus Kaschmir mit Zopfstrickmuster und braunen Knöpfen. Kann man auch zu allem kombinieren. Könnte ich jetzt auch über diese Bluse zum Beispiel ziehen. Würde auch gut passen. Ich liebe Zopfstrickmuster und helle Pullover einfach. Und ich habe noch einen gesucht, der keinen hohen Kragen hat. Hin und wieder mag ich das nicht. Dann ist mir das zu warm oder so. Deswegen habe ich den hier gefunden. Der hat so einen schönen V-Ausschnitt. Und zu guter Letzt kam auch dieser Zopfstrickpullover mit. Der ist auch aus Kaschmir. Ganz, ganz, ganz weich. Und irgendwie so zart fühlt der sich an. Also der ist echt nicht dick. Der ist eher ein bisschen feiner vom Strick her. Und ganz weich, wie gesagt. Der ist auch etwas weiter geschnitten. Also so ein richtig entspannter Pullover. Den kann ich mir zum Beispiel auch gut so für zu Hause vorstellen, wenn man da sich ein bisschen eleganter kleiden möchte, weil der einfach so unfassbar weich und gemütlich ist. Ich werde euch alle Teile von Lily Silk in der Infobox verlinken. Aber ich versuche natürlich auch alle weiteren Sachen, die ich euch jetzt in diesem Video zeige, zu verlinken. Ich habe natürlich aber auch einen Rabattcode bei Lily Silk. Und zwar nennt er sich Kati20 und damit bekommt ihr 20% auf alles. Und falls ihr eine Bestellung über 480 Euro machen solltet, dann könnt ihr sogar meinen Code Kati25 benutzen. Dann bekommt ihr nämlich 25% auf euren Einkauf. So und jetzt geht es weiter mit den Fashion-Trends. Als zweiten Trend würde ich auf jeden Fall Cardigan sagen. Also normalerweise ist ja ein Cardigan jedes Jahr irgendwie im Trend. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass die letzten Jahre Cardigans nicht mehr so cool waren. Ich habe auch wirklich eine Zeit lang meine Cardigans alle aussortiert, gespendet, verkauft oder was auch immer, weil ich die irgendwie gar nicht mehr schön fand und irgendwie dachte, das ist komplett out. Das sind immer dann die Momente, wo man sich ärgert. Jetzt kaufe ich mir meine Cardigans wieder neu. Also man muss schon aufpassen, was man so aussortiert. Man trägt gerne jetzt Cardigans anstelle von einem Pullover. Also wirklich komplett geschlossen. Das sehe ich sehr häufig. Finde ich auch richtig schön, weil es einfach nochmal so ein bisschen was her macht, wenn da so schöne Knöpfe dran sind oder so. Oder auch einfach offen getragen mit einem schönen Top oder T-Shirt drunter. Ist einfach ein lässiger Look, der auch wirklich gemütlich ist und deswegen finde ich den Trend auch wirklich sehr schön. Kommen wir mal zu den Trendfarben für diesen Herbst und Winter. Natürlich sind wie jeden Herbst und Winter Erdfarben, Creme, Braun und so weiter im Trend. Aber es gibt so ein paar Farben, die sind wirklich so, ja, überall zu sehen und die ich auch super, super schön finde. Zum einen ist das Schokobraun, wie zum Beispiel hier ja auch meine Bluse, die ich heute trage. Schokobraun und generell so ein bisschen kräftigere Brauntöne sieht man im Moment sehr häufig. Und dann meine absolute Lieblingsfarbe diesen Herbst und Winter. Burgunder oder Bordeaux Rot. Es gibt ja viele Namen dafür und es gibt auch viele Abstufungen von der Farbe. Viele Bordeaux, Burgunderfarbene Rottöne gehen mehr ins Lila. Andere gehen wieder mehr ins Rot. Aber generell eigentlich alle Rottöne sind sehr im Trend. Also auch wirklich knalliges Rot, wie gerade auch in meinem Pullover zu sehen. Ich habe zum Beispiel auch rote Sneaker, die ich sehr gerne dann dazu kombiniere. Alles von Rot bis Lila ist auf jeden Fall sehr angesagt und mag ich auch total. Die dritte Farbe, die angeblich im Trend sein soll, die ich jetzt aber gar nicht so viel in den Läden sehe, ist Eisblau. Also das steht auf jeden Fall auf allen möglichen Magazinseiten und so weiter, dass Eisblau eine Trendfarbe diesen Herbst, Winter ist. Aber ja, ist eine schöne Farbe, habe ich aber nicht viel von, sehe ich auch nicht so viel von. Passend zu dem ersten Fashion-Trend mit der Ladyliken Kleidung sind auch generell Sets sehr angesagt. Also vielleicht so kleine Kostüme mit einem Rock und dem passenden Blazer dazu. Ja, halt auch so aus einem Tweet-Stoff oder sowas. Also so ein bisschen Chanel angehaucht. Oder auch passende Strick-Sets, egal ob jetzt eleganter für draußen oder auch als Lounge-Set für zu Hause. Da habe ich mir jetzt auch erst so ein passendes Strick-Set gekauft bei Amazon tatsächlich. Verlinke ich euch natürlich auch in der Infobox. Und finde ich super schön. Ich liebe Sets, egal in welcher Jahreszeit, weil man einfach sehr schnell, sehr gut angezogen aussieht, ohne sich zu viele Gedanken darüber machen zu müssen, was passt jetzt zusammen. Bezüglich Muster, Leoparden-Muster ist wieder sehr im Trend. Habt ihr bestimmt jetzt auch schon viel gesehen. War aber auch das ganze Jahr über im Trend. Im Sommer habe ich super gerne so eine weite Leoparden-Stoffhose getragen. Finde ich sehr cool. Jetzt im Winter habe ich endlich nochmal meinen Leo-Mantel rausgeholt. Den habe ich schlauerweise nicht aussortiert, weil ich den trotzdem nämlich die ganze Zeit schön fand. Und den habe ich jetzt letztens erst nochmal angehabt. Einfach mit einer Jeans und einer schönen braunen Tasche zusammen. Und ja, ist ein cooler Look. Muss man sich natürlich so ein bisschen trauen. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache. Auch dieser Trend hält sich eigentlich schon seit vielen Jahren und vielleicht sogar seit immer. Ich habe keine Ahnung. Und zwar Leder. Gerade im Herbst und Winter wird sehr viel Leder getragen. Egal ob Lederjacken, Lederhosen, Lederstiefel, Ledertaschen. Ich persönlich fand es letztes, vorletztes Jahr ein bisschen krasser mit dem Leder. Da habe ich auch viele weite Lederhosen und so getragen. Dieses Jahr habe ich bisher noch nicht so Bock darauf gehabt. Ich bin gerade wirklich eher bei der Lady-Liken-Kleidung. Ich finde, dass es dann wieder so ein bisschen kann ein bisschen gegensätzlich aussehen. Aber ja, ist natürlich auch weiterhin im Trend und immer cool. Was ich mag, sind so ein bisschen Oversized geschnittene, glaube ich nennen die sich Herringbone-Jacken aus Fake-Leder letztendlich. Also das sind ganz schlicht geschnittene Lederjacken, wo nur ein Kragen dran ist und ein Reißverschluss, höchstens mal noch eine Tasche. Aber nicht so diese Lederjacken, wie man die kennt, mit so Nieten und Gürteln und so weiter. Die sind auch immer noch im Trend natürlich. Aber ich finde so ein bisschen die schlichtere Variante gerade sehr cool. Kommen wir mal zum Thema Schuhe. Und einerseits sind natürlich Stiefel im Trend, egal ob Overknees oder aber auch kniehohe Stiefel. Ich persönlich finde ja, dass Overknees so langsam gehen. Online steht, die sind immer noch im Trend. Keine Ahnung. Aber ich kann jetzt nur von meinen Erfahrungen sprechen, wie ich es sehe und wie ich es halt zum Beispiel so auf Social Media und so weiter sehe. Da sehe ich auf jeden Fall mehr kniehohe Boots und die liebe ich auch total. Deswegen finde ich diese kniehohen Stiefel ein bisschen klassischer. Die mag ich irgendwie im Moment ein wenig mehr. Was Sneaker angeht, ist es auch immer noch so, dass die dicken, klobigen Sneaker zwar noch im Trend sind, aber genauso wie ich gerade meinte mit der Silhouette, das ist ja wie so Oversize, sind aber auch wieder die sehr schmal geschnittenen Sneaker im Trend. Also zum Beispiel die Adidas Samba. Die sieht man dieses Jahr super häufig. Oder auch die Adidas Spezial oder wie sie heißen. Die habe ich zum Beispiel in Burgunder Rot. Liebe ich. Habe ich so lange nachgesucht und Schweinegeld für ausgegeben, weil ich sie unbedingt haben wollte. Und mittlerweile gibt es noch tausend andere in dem Style. Aber lassen wir das. Da habe ich mich ein bisschen geärgert. Und da gerne auch in verschiedenen Farben. Also egal ob Burgunder Rot. Man sieht auch viele braune Sneaker, die ich auch super schön finde. Habe ich selber so jetzt aber noch nicht. Schwarze Sneaker. Gar nicht mehr so viele weiße. Interessanterweise. Das hat sich fast gereimt. Ja. Kommen wir mal zu dem Thema Accessoires. Da sehe ich auf jeden Fall bei Handtaschen den Trend zu so Beuteltaschen. Sonst hat man sehr viele eher strukturierte Taschen gesehen, sag ich mal. Also die so ein bisschen härter sind, also so eine feste Form haben. Aber jetzt sehe ich wirklich sehr viele beutelartige Taschen, die so ein bisschen aussehen wie so ein YouTube-Beutel. Nur in schicker. Häufig auch so in Wildleder. Und ich finde auch generell, dass Wildleder ein großer Trend diesen Herbst und Winter ist. Sehe ich auf jeden Fall sehr häufig. Finde ich auch sehr schön. Ja und das wären alle Trends, die ich euch vorstellen möchte für diesen Herbst, Winter, beziehungsweise auch für 2025 natürlich noch im Winter. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen Trend ihr besonders gerne mögt, welchen so gar nicht. Oder vielleicht habe ich noch irgendwas ganz wichtiges vergessen, dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Also meine Lieblingstrends sind auf jeden Fall die Farbe Burgunder. Ich bin echt besessen davon gefühlt. Ich habe super viel im Burgunder mittlerweile. Kniehohe Stiefel liebe ich auch total. Und Cardigans. Also ich glaube, das sind so meine Drei- und Wildleder. Ja, das sind so, glaube ich, meine liebsten Trends, die mich besonders inspiriert haben dieses Jahr. Und ihr könnt mir ja eure Favoriten, wie gesagt, gerne auch mal schreiben. Schaut in die Infobox. Da seht ihr dann alle Looks nochmal verlinkt. Und dann sehen wir uns mit einem neuen Video ganz bald wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.